Ich habe dir heute was mitgebracht, was deine Art zu präsentieren vielleicht für immer verändern kann. Die Frage ist nämlich, wie optimierst du deine Wirkungskraft im Verkaufsgespräch oder in der Verkaufspräsentation? Und dazu musst du deine Argumente natürlich entsprechend strukturieren, also nicht wahllos irgendwie aneinander rein, sondern Argumente müssen sauber intern aufgestellt werden und zueinander sprechen, in Anführungszeichen, um die optimale Wirkungsmöglichkeit zu erreichen. Ich habe dir heute mal zwei psychologische Effekte mitgebracht, den Primacy-Effekt und den Regency-Effekt, der uns eine relativ gute Ansage macht, wie Verkaufsargumente während einer Präsentation strukturiert sein müssen. Komm mal mit, ich zeige es dir mal. Hallo, willkommen zurück. Mein Name ist Thomas Bortin und wenn du neu bist auf diesem Kanal der Umsatz-Uni, hier geht es um Strategien und Verkaufstechniken, die dir helfen, einfach besser zu verkaufen. Und ich habe dir heute wieder was Spannendes mitgebracht. Ich hatte es ja schon gesagt, Primacy-Effekt und Regency-Effekt. Also man strukturiert ja seine Präsentation, man haut ja nicht einfach alles raus, was man weiß und sagt, dann schmeißt dem Kunden alles hin und sagt, friss, sondern jede Verkaufspräsentation sollte zumindest eine innere Struktur haben. Und lass uns mal die üblichen Verdächtigen angucken, wie so eine Struktur aussehen kann. Ich will das hier mal kurz darstellen. Es gibt so drei typische Argumentationsstrukturen. Das eine ist die Climax-Struktur. Das bedeutet, dass du mit einem relativ schwachen Argument anfängst und dich dann steigerst bis hier Climax bis zum Höhepunkt. Ist das die richtige Art, seine Präsentation zu strukturieren? Oder ist es genau das Gegenteil, die Anti-Climax-Reihung? Das bedeutet, man fängt sehr stark an und lässt dann sehr stark nach. Man fängt mit dem stärksten Argument an und wird dann immer schwächer, bis man dann eben zur Entscheidungsfindung kommt. Oder ist es vielleicht ein Argumentationsmuster, das sich Pyramiden-Argumentation nennt? Das heißt, man organisiert den stärksten Input in der Mitte. Fängt schwach an, dann kommt der stärkste Input, um dann wieder entsprechend abzuflachen. Was ist für deine Überzeugungskraft die beste interne Struktur deiner Präsentation, deines Pitches? Und die Antwort ist schnell gegeben, das, was ich hier jetzt angezeichnet habe, ist das Worst-Case-Szenario. Also wenn du so argumentierst, wenn der interne Aufbau deiner Argumente so aussieht, dann toi, toi, toi. Dann musst du zumindest mal gut aussehen, damit du überhaupt noch einen Stich machst. Weil das ist der Super-Go der Präsentation, das so aufzubauen, weil das Gegenteil ist fast der Fall. Wir gucken uns das mal an. Ich hatte dir ja gesagt, oh, jetzt habe ich die Hälfte hier vernichtet. Warte mal, das ist fast wieder super. Aber Regency-Effekt und Primacy-Effekt. Und diese beiden psychologischen Effekte sagen uns relativ sicher, wie du deinen Pitch strukturieren musst. Und lass uns mal gucken, der Primacy-Effekt, was sagt der? Der sagt nichts anderes als das Argument, mit dem du anfängst. Das, was zuerst kommt, das hat die entfaltete stärkste Wirkungskraft. Das würde so bedeuten, hier, wenn das hier Wirkung ist, vervollständigen wir es mal. Hier steht dann Wirkung. Und das ist die Zeit. Dann solltest du verkaufspsychologisch mit dem stärksten Element hier anfangen. Der Regency-Effekt, er sagt jetzt, das, was zum Schluss kommt, bleibt am längsten, halt am längsten nach. Das bedeutet also, dass auch am Schluss ein möglichst starkes Argument kommen sollte. Und wenn du das jetzt verbindest, dann sieht die perfekte interne Struktur für deine Argumentation genauso aus. Das hier am Anfang ist der Primacy-Effekt. Das stärkste Argument kommt am Anfang. Und das hier ist der Regency-Effekt. Das zweitstärkste Argument kommt zum Schluss. Und in der Mitte kommt eben ein anderes Argument. Und dann hast du eine optimale Organisation deiner Argumente. Die sprechen also gut zueinander. Du machst einen super ersten Eindruck und du machst einen super letzten Eindruck. Du weißt ja, der erste Eindruck zählt und der letzte Eindruck bleibt. Die Sprache, die deutsche Sprache, so voll von Hinweisen, wie gut die Überzeugungsarbeit geht. Wenn du das so strukturiert passt, ist, du darfst nur noch einen Fehler jetzt nicht machen. Du darfst hier nicht anfangen, hier alles reinzupacken, was du weißt. Nach dem Motto, Fachidiot quatscht, Kunde tot. Sondern du musst das auch reduzieren. Und da gibt es eine Studie drüber. Ich habe da auch, glaube ich, schon mal einen Blogbeitrag in dem Podcast zugemacht. Die Charme of Three. Also der Charme der Nummer drei. Wie viele Argumente sind optimal? Drei Argumente. Das bedeutet jetzt nicht, dass du nur drei Mini-Merkmale deines Produktes oder deiner Dienstleistung sagt. Das bedeutet, dass du mit cleverem Chunking Argumente so zusammenfasst, dass sie in Anführungsstrichen als eine Einheit beim Kunden verstanden werden können. Weil gutes Verkaufen bedeutet eben auch sauberes Strukturieren. Und manchmal, ich erinnere mich an eine Umfrage, wurden Kunden gefragt, was ist ihm beim Verkäufer besonders wichtig? Und sehr weit oben stand, er muss gut erklären können. Leute, und gut erklären können. Das bedeutet, dass du deine Präsentation sauber strukturierst und dass du dir vorher Gedanken machst, was setze ich an welchem Punkt in der Präsentation? Jetzt kann man ja hergehen, kann sich alles aufschreiben von seinem Produkt, von seiner Dienstleistung und sagt sich dann, okay, alles klar, dann habe ich meine Präsentation für immer in Stein gemeißelt. Nichts ist weniger wahr im Verkauf. Weil wer bestimmt eigentlich, was hier das stärkste Argument ist und was ist das zweitstärkste Argument? Und was sind Argumente, die zwar interessant sind, aber vielleicht doch nicht so wichtig? Wer bestimmt das? Das bestimme nicht ich nach meinem Wissen und nach meinen Präferenzen. Sondern das bestimmt der Kunde aufgrund seiner Wünsche, Ziele, Probleme und Herausforderungen. Und das ist ja die große Kunst, zu gucken, was ist dir wichtig und wie kann ich dir dabei helfen, dein Ziel zu erreichen? Und so ist die Bedarfsanalyse eine Vorarbeit dafür, zu sagen, wie strukturiere ich denn jetzt danach entsprechend meinen Pitch? Simple Effekte, Leute. Verkaufspsychologie, Primacy, Regency-Effekt. Fundamentale Wirkung im Verkauf. Also gerade für die Chaoten unter uns, die gerne einfach mal reingehen und sagen, aufgrund meiner tollen Persönlichkeit überzeuge ich die Leute schon, nicht auszudenken, wenn du mit deiner tollen Persönlichkeit jetzt auch noch eine einigermaßen vernünftige Struktur in der Verkaufspräsentation hättest. Wo man dann entsprechend, ja, man muss ja nicht alle Hürden umrennen, die einem im Weg stehen. Man kann sich auch gezielt zur Seite nehmen und sauber strukturieren. Ich hoffe, ich konnte mir dir mit dem kleinen Verkaufspsychologie-Impuls mal einen ganz neuen Blick auf deine Präsentation werfen. Und wer weiß, ja, vielleicht führt das ja dazu, dass du für heute dir vornimmst, deine Präsentation immer nur noch nach verkaufspsychologischen Grundmustern zu gestalten, was mit Sicherheit, Leute, nicht die schlechteste Idee wäre.